Herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Es ist schön, dass Du da bist. Mein Name ist Martin Leopoldseder und ich möchte Dich inspirieren, Schmerzen aus ganzheitlicher Sicht zu sehen. Schmerzen können auf der emotionalen Ebene, auf der körperlichen Ebene in Form von Krankheitssymptomen sowie auch in allen anderen Lebensbereichen vorkommen. Weiters möchte ich Dich inspirieren und Dich an das erinnern, was Du wirklich bist, nämlich reines, liebevolles Bewusstsein, ein göttliches Wesen mit unbegrenzten Möglichkeiten und Du hast ein Leben voller Entfaltung verdient. Wenn Du mehr von mir wissen willst, geh auf meine Homepage www.martin-leopoldseder.com Danke, dass es Dich gibt und schön, dass Du da bist.